Die Story dauert echt lange dieses Mal. MW 2019 war nicht kürzer. Ich bin auch öfter mal gestorben. Des öfteren bin ich mal gestorben. Was mache ich jetzt? Ähm... Was? Na gut, ne? What the f***? Äh, ich fühle mich komisch an. Verstanden. Etage 5, 5. Gehe rein. Oh, ein guter Headshot. Wuh! Wuh! What's going on, baby? Nö, irgendjemand? Okay, das war unglücklich. Wuh! 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 Achste Hüfte! Äh... Wuh! 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 Bro! What the f*** just happened? Ja? Was denn? Ach Miet. Eins. Was mach ich für No-Scopes? Ja! Oh mein Gott, hab ich den weggeschossen! Mal sehen, ob er zurückkommt. Da drüben. Ich hab ihn! Oh mein Gott! Guck dir den an! Von wie er fliegt. Alter! What? So, Junge! Dahin will ich. Dankeschön. Wahrscheinlich kann ich ihn nicht einfach runterspringen, ne? Doch! Das ist das erste Mal, dass man einfach in die Tiefe stürzen könnte. Der gräst. Als wäre er ein Gummibärchen. Das sah so gut aus. Egal, als ob er mich dann so trifft. Als ob... Als ob das kein Hit war. Hey! Hey! Die haben einfach nur gelacht! Perfekt! Bro, ich hab alles recht gemacht. Die waren so glücklich. Das Gas nähert sich dir! Vielleicht haben die keinen Bock auf uns. Ich glaub, die hatten keinen besonderen... Links. Nice. Der andere geht grad rüber zu ihm. Hast du meinen Rücken? Ich hab ihn. Oh, geil! Du bist so geil! Du bist so geil! Er sagt auch noch was, Bro. Das war schon ein kranker Schuss, bin ehrlich. What the f... Du bist in meinem Koffer, mein Freund. Oh, shit! Hat er grad... Ach, der grad ProScreen gemacht und den Koffer gezeigt? Bitte nicht. Ich seh' aus wie Blast, Junge. Es ist einfach so geblieben! Let's f... go! Ist das geil! Alles in Ordnung, Sir? Ja, doch. Oh, die... Oh, die Stimme! Ja, nur in Gedanken. Nur das. Oh! Vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Habt Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Oh, die deutsche Syncro. Mua! Ich liebe diese Stimme. Ja, was macht so sich... Wahrscheinlich. Es wird aber irgendwie grad nicht schlechter. Götte... Wie lange da? Die G Youcker! Ich weiß grad die ganze Zeit nicht wo ich die hinschieße. Was? Wow, was ist los mit dir. Ich hab ihn... ... aus dem Haus rausgeschossen, Jörg. Jetzt ist er auf... Er ist... Er ist... Er ist auf... Was ist hier los? Weißt du, wie ich aussehe? Ich sehe aus wie Tanzverbot. Das ist mir wahrlich unangenehm. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Level gehabt, wo ich so viel gestorben bin. What the f*** is happening, ne? Ich hatte dann erst die falsche Waffe, bin rein und dann wollte ich wechseln und dann ist es eine Katastrophe gewesen. Bull. Bro, das, aber das ist Bulls**t. Stell dir vor, wie ich langsam über deine Haare gehe, den Rücken entlang, noch mehr Haare, dann gleich zum Po, noch mehr Haare. Ich liebe diese Stimme. Oh. Ich habe mich schon gewundert, warum man keinen Körper macht. Warum geht der nicht mit dem Kopf voran? Das konnte man aber auch nicht sehen, ne? Wow, ich... Das war viel schlauer. Alter, manchmal bin ich echt schlau, ne? Ich verstehe es schon. Hey, hey, hey. Ja, ha, ha, ha. Huh, hier ist ein Gegner. Alter, ich habe den unfassbar gegeben. Geiler Typ. Wäre mir jetzt unangenehm an seiner Stelle. Wir sind so tot, Chad. Ich habe einer B. Aaaaaaah. Nein, nein. Wenn er markiert ist. Oh mein Gott. Ja. Ocelotpils, Chad. Komm zu mir mit deinem Fleisch. Ich will nur einfach nur Henki hinten drin haben. Was? Hast du was schönes aus den USA mitgenommen? Ja, Tripper. Was? Ich würd's mal auch sagen. Was müssen ihr Mülleimer zu ihnen sagen? Das ist Noah in 40 Jahren! Vielleicht ist Noah's Papa.